Max Liebermann malt mit Palette und Pinsel in seinen Händen an den Bild. Für einen kurzen Augenblick geht er ab, fand sie eine konzentrierte Arbeit und guckt hoch. Mit runzeligen Stirn und hohen Augenbrunen geht seinen Blick Röver Norden, der das Bild bequicken hat. Das Bild hat Max Liebermann in seinen 60. Lebensjahr malt. Torsehen ist er in einen düsten Antoch mit witten Kragen. Mit der Udwahl fand sie ein Tuch, wie sie, ich bin ein Berliner Bürger und nicht ein Maule, der nur das Handwerk arbeiten hat. Liebermann kommt und in Rieke-Jötsche Familie mit Koblüt und Fabrikanten. Sein Vater wäre nicht nur mit Info gestorben, dass der Künstler waren wohl. Man hätte ihm das doch betäult. Sein Oedernhus, wo Herr Lorte Henoch-Sülfst mit seiner Familie wohnt hat, legt in das Hart von Berlin an der Pariser Platz, just taken over von der Brandenburger Dorr. Acht in der Tag und Tagendich, dass Liebermann seine Wagen wie in Udstellung von der Königliche Akademie von der Künste in Berlin wiesen. Das wäre das erste Mal, dass er ihm in Deutschland groß rutscht hält hebt. In den Jahren der Norden hat Liebermann in die Hauptstadt Kunstpolitik mögt und er hat auch die Berliner Sezession mitgegründet. In diesen Künstlervereinen wollen sich die Künstlers jüngereigen Städten für Udstellungen inrichten. Und das bieten die staatlichen Udstellungen von den Akademien. Sie wollen nicht, dass die Stadt ansieht, was in der Kunst gut ist und was nicht. Nengten und Antein ist Max Liebermann dann in seine Nähe-Villa an den Berliner Wannsee trocken. Hier hätte er in Dior Nengten und Antein auch das Sülsporträt mögt. Von wegen dem Ersten Weltkrieg wäre Todetit Ahlens knapp. Udstellungen und Veranstaltungen mit Fähle München geeft dat Blots af und anmol. Liebermann hasig in Düsseltit noch in Wannsee-Villa trücht trocken.